So, willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge von Firewatch. Ich weiß es nicht, wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück in den... in die Höhle. Schauen uns an, was da abgeht. Bin ich hier richtig? Ich glaub nicht. Wo geh ich denn hier grad hin? Muss ich da lang? Ich glaub schon. Sieht besser aus. Okay, wir gehen mal etwas schneller. Wir haben in der letzten Folge Haken gefunden, Kletterhaken. Und wir trauen uns jetzt einfach nochmal in die Höhle, auch wenn wir da gerade drin eigentlich... Ja, das ist doch gut. Ich glaube nicht, dass Delilah recht hat. Delilah muss mal aufhören, rumzulügen. Okay. Hier unten ist die Höhle irgendwo. Wo sind wir denn hier? Ich bin auch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Komischer Weg. Ich will da gar nicht nochmal reingehen, ganz ehrlich. Naja. Ach Quatsch, hier ist ja die Höhle. Was mach ich denn? Haben wir denn den Schlüssel überhaupt noch? Ähm, ein bisschen dunkel hier. War das immer schon so? Den Schlüssel haben wir anscheinend noch. Wir gehen nochmal rein. Naja. Machst uns an die Tür halt nochmal zu, ne? Ja, hier könnten wir runter. Ich guck mal, ob wir da an der anderen Stelle auch runter können. Würde mich mal interessieren. Ich hoffe ja, dass ich hier auch zurück kann. Ja, okay. Zurück kann ich. Oder? Ja. La, 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 la. Was ein schöner Ausflug. So. Hier kann ich ja gar nicht runter. Ja gut. Gehen wir den anderen Weg. Ich finde ja, so eine Höhle sollte viel besser gesichert sein. So. Äh. Wo war das jetzt? Hier. Okay. Alles oder nichts. Nichts. Wahrscheinlich nimmt das uns dann einer weg und dann sterben wir in der Höhle. Hallo. Hallo. Jemand hier. Wurzeln. Können ja nicht ganz so weit in der Erde sein, oder? Naja, man weiß es nicht, wie groß der Baum ist. Mann, 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 Mann. Reden kann ich ja auch nicht mit der hier drin. Ich fühle mich einsam. Die Musik hilft auch nicht. Immer tiefer hinein. Ich muss ja sagen, dafür, dass das hier eine krasse Höhle ist. Oh nein. Die Musik ist so traurig. Ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich mag nicht. Ja, ich hab's geahnt. Oh Mann. Oh Mann. Und keiner weiß das? Muss man doch mal gucken, wenn so ein Kind verschwindet. Die wussten doch, dass die klettern waren. Ich sehe schon Figuren, ey. Aber trotzdem macht der Walkman ja nicht wirklich Sinn, oder? Es sei denn, Delilah hat das alles eingefädelt. Krasse Höhle, ey. Äh, kann ich hier nicht hin? Doch. Wo komme ich denn hier wohl raus? Oder muss ich zurückgehen? Ja gut, das habe ich irgendwie geahnt, ne, dass Brian hier drin ist. Aber irgendwie muss da doch noch mehr los sein hier. Ist alles sehr merkwürdig. Wer hat uns zum Beispiel damals einen über den Schädel gehauen? Das sind alles so Fragen, die ich mir stelle. Ah, super. Framerate-Einbruch. Aha, okay. Hier kommt man raus. Ist ja interessant. Äh, was war das denn? Wieso kann ich nicht klettern? Fehlt hier eine Stufe? Nee. Mann, die kriegen das vorher aber gar nicht unter Kontrolle, glaube ich. Ah. Ah. Äh. Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich... Ja, möglich, vielleicht. Ich bin sehr entschuldig. Ich weiß nicht, wo er sein würde, aber ich kann dir sagen, es würde nicht roten. Ich... Es ist nichts zu sagen. Geh zurück. Ich glaube, wir gehen morgen. Tag 79. Okay. Die Lila meint, sie hätte das verhindern können. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wirklich auf die Idee gekommen, dass ihn jemand umgebracht haben könnte. Schon gar nicht nett. Mal schauen. Okay, wir packen. Was nehmen wir dann mit? Ich sehe überhaupt nichts. Ich würde gerne sprechen. Wir wissen noch nicht, wer uns hörte, wer mich überrascht, wer die Tape gemacht hat. Ja, nur noch ein Körper von einem totem Mann, der nichts falsch gemacht hat. Aber vielleicht können wir noch diese Leute finden. Schau, ich denke, wer da draußen ist, hat die Sightfire zu verbrechen. Und ich bin fast sicher, dass, wenn ich den Helikopter rauskomme, ich werde in einen Raum gelegt, um eine Tape zu hören, von mir zu sagen, dass wir es angefangen haben. Und wir wissen nicht was. Was kann ich machen? Um... Ähm... I'll ripen. Ja, ähm, okay, ich werde wahrscheinlich nach Kanada gehen. Ontario vielleicht. Nein, ich meine, wenn etwas zu mir passiert ist. Genau, wenn du nicht wissen willst, wer die Tape gemacht hat, dann muss ich auf die Straße gehen. Vergiss es. Sei sicher, Henry. Okay, was war das? Ja, ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen will. Will ich das alles mitnehmen? Nein, kann ich sowieso nicht. Ach so, das sollte ich vielleicht mitnehmen. Was noch? Ähm, eigentlich würde ich das ja alles einpacken, aber kann ich ja gar nicht. Ja, das will ich nicht. Kann der nächste lesen. Ähm... Es brennt doch alles ab, wenn ich jetzt gehe und nicht zurück kann. Wenn die das Feuer erst 2% unter Kontrolle haben. Na egal. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Glaube ich. Hoffe ich. Äh, ja. Sieht sicher aus hier. Mal gucken, was wir jetzt noch finden. Westen stammt da. Schauen wir mal. Wo es mich hinführt. Hallo. Was ist hier los? Ich sehe nicht so viel. Was ist das? Wahrscheinlich werden wir jetzt umgebracht da drüben. Hier knatscht schon alles. Ich höre Flugzeuge. Ich sehe aber keine. Hätte man hier nicht vielleicht schon eher weggehen sollen. Okay. Wo sind wir dann her? Wo muss ich denn hin? Was will es von mir? Ich kann hier gar nicht runter. Oder? Nö. Mann. Wo muss ich denn hin? Lauf mal einen Schritt schneller. Ach, hier sind wir. Man erkennt es kaum wieder hier. Es geht ja jetzt hier Richtung dem ersten, ähm, Feuerwerk, glaube ich sogar. Geht so langsam. Ich bin ja ein bisschen verwirrt, was dieses Teil hier angeht gerade. Oh Gott. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin ja knapp. Haha. Ich habe nur ein Wort, dass sie uns kommen. Meine Ort. Du bist ja Angst. Nein, es ist... Es ist... ... 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 Okay. Vielleicht treffen wir Delilah ja noch. Wenn wir nicht vorher sterben. Es wird auf jeden Fall lauter. Hier geht's ab. Oh oh. Was zum Teufel. Okay. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking color tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my god, Henry. Yeah, hi Henry. Not. Not. Don't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave for crock's sake. I've been up here for three years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell. I ran out of books. I ran out of books. But I got that antenna rigged up. Delilah. She's a... She's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago I stopped worrying about you finding anything out. And... That's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids. Nobody knows. Nothing. It ain't Andy and Opie walking down the lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. Alright? We were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just... He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know I thought about going back... Having to answer questions and... Having to get him put in the ground and... I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. We found the surveillance operation. Okay. What does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us. Just... Him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone. Deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. He... Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You... Need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Okay. I guess he's been dumping trash up here for a while. Okay. He's been dumping trash up here for a while. Here he has lived. There's a clothesline. There's a clothesline. Here is your clothesline. Let's go. Here. Here. Let's do this. You see. Here. Here. Vielen Dank.